Oh fuck, jetzt habe ich einen Schwert geräumt. Positionen, Grafikeinstellungen, Sichtweite, 5 Chunks. Ey, wenn mein PC schon mehr aushält, also... Meiner hält ja aus, ich will ja nur einfach flüssige 50 FPS ohne diese Ruckele haben. Ja, das... Außerdem, ich habe immer noch den Gaming-Laptop, aber den hat ja meine Freundin geklaut. Was denkst du, warum ich mir für 500 Euro jetzt einen Geek-Com geholt habe? Ja, warum? Ja, warum? Warum wohl? Digga, wenn ich zocken will, gehe ich an die Xbox, wenn ich aufnehmen will, gehe ich an mein Geek-Com. Ach, wer... The Chronic, der labelt schon wieder scheiße, ist perfekt für unser Manus-Video. Ja, natürlich. Ja, ja, ja. Für Fortnite, genau, nee, das ist Paul. Paul und seine neuen Freundin. Ey, Paul hat eine richtige Assi-Freundin, ne? Echt? Ja, also, die geht gar nicht. Die schreibt mir heute random, ohne dass ich die angeschrieben habe. Niemand mag dich. Hä? 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 Was lauerst du? Ach, der Manus hört mir auch nichts zu. Na, vielleicht hat sie ja recht. Digga, ich will mir einen Eisengurlem holen, die kosten so viel. Das erzähle ich alles in mir Kleid. Ja, ja, ja. Da war ein Gegner, okay? Jo. Oh, fuck. Bye, have a great time. Der ist runter. Boom! Oh, scheiße, wie viel TNT? Fuck. Wie viel TNT willst du haben? Die, ja. Ja, wir sind, ja, okay. Ei. 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 Ah, das ist ein Betriebssystem. Scheiß auf Windows. Ich benutze der Manus. Ja, ha, 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 ha. Scheiß auf Mac OS, scheiß auf Chrome OS, ich benutze der Manus. Geil. Was muss ich machen? Oh, mein Gott. Warum so wenig? Ja, du musst schnell bauen. Hast du es noch nie kapiert, oder was? Es muss immer alles schnell gehen, Alter. So wie heute, Alter. Das war auf der Arbeit, Alter. Wir sind heute zu dritt gewesen bei, bei Leuten, äh, bei 100, 120 Leuten im Restaurant. Voll durchackern, Alter. Junge, ich bin gestorben. Echt, ich bin gestorben. Ja, ja, ja. Ich mach ne fette Ente, ist das okay? Ja. Mach doch, mach doch, was du willst, ist mir doch scheißegal. Ach, wer krass. Oh mein Gott. Verabstimmen bringt jeden mehr Spaß. Aha, okay. Sir Manus, verabstimmen. Höh. Ja, ich darf nicht mieten. Darf man eine Aufnahme überhaupt? Höh? Okay, das ist stark. Ja, ja, das ist aber... Das ist eine Gummi-Ente. Ja, oh, nee. Ich hab eh nichts gemacht. Au. Au, was hast du denn? Entinos Palpatine. Oh, das ist aber wirklich cute. Was ist das? Oh, wie krass ist das denn? Das ist gruselig. Die ist ein bisschen gruselig. Jo, boah, sind die aufgehangen oder was ist das? Nein, das ist Tatakin. Und ich bin... Dritter. Ne, warte mal. Ich bin siebter. Welcher Platz bist du? Das ist ein bisschen gruselig. Das ist ein bisschen gruselig. Ah, fuck. Leck mich doch an am Arsch. Scheiße. Schwul. Scheiße und schwul. Starte. Geh zum Herd. Das ist keine Beleidigung. Hä, nein, das ist... Hallo. Tsunami. Jo, das ist einfach ne Küste. Guck mal. Das baut doch keiner. Und das versorgt wieder mal alles. Welcher Platz bist du? Ich bin sechster. Was? Ich bin neunter. Ich hab den Zylinder. Der Zylinder hat ja nicht gerettet. Das ist... Ich bin neunter. Ich bin neunter. Vielen Dank.